Willkommen bei der Linken. Weihnachtszeit ist Spendenzeit, z.B. bei Ein Herz für Kinder. Roter Teppich, wohltätige Promis, weite Dekolletes, Rekordeinnahmen. 15 Millionen Euro wurden so jüngst bei einer Gala im ZDF erzielt. 10 Millionen davon sollen armen Kindern hierzulande helfen. Angela Merkel dankte allen Deutschen beherzt per Videobotschaft. Warum aber nimmt die Kinderarmut überhaupt zu? Dazu kein Wort der Kanzlerin. Zuvor hatte der Bundestag das Kindergeld erhöht. 10 bis 16 Euro für Gutverdienende. Für Hartz-IV-Betroffene aber gibt es keinen Cent mehr. Das staatliche Herz für Kinder endete wieder einmal dort, wo die wahre Armut beginnt. Und genau da fängt auch das Geschäft mit den Rentnern an. Vor Jahren hatten SPD und Grüne die gesetzliche Rente drastisch gekürzt. Zugleich inszenierten sie ein wohlfeiles Wunderwerk, die Riester-Rente. Eine private Kapitalversicherung, mit der man das amtliche Rentenloch ein wenig stopfen kann. Mit einem Herz für Rentner, sogar vom Staat gefördert. Das war ein Freudentag für Finanzspekulanten. Millionen künftige Rentner wurden ihn so als gutgläubige Kunden in die fürsorglichen Fänge getrieben. Bei so viel Herz für Banken lässt sich die Finanzbranche natürlich nicht lumpen. Das wiederum zeigt einen Blick in die offizielle Spendenliste. So flossen in den letzten Jahren von den verschiedenen Riester-Anbietern über 10 Millionen Euro in die Kassen von Bundestagsparteien. Die CDU erhielt ca. 5,2 Millionen, die FDP rund 2 Millionen, die SPD ca. 1,5 Millionen, die CSU knapp 1 Million und die Grünen reichliche 600.000 Euro. Vielleicht ist das alles nur Zufall, aber eines wird offenbar. Nur eine Partei wird weder von der Allianz noch von der Deutschen Bank gesponsert. Die Linke. Das wiederum werte ich als politisches Gütesiegel. Sozial und solidarisch.